Die macht mich heiß mit meinem Edelwald. Weil die... Wie? Die M.G. bringt ja... Nee? Ich mach jetzt mit dir in der Raum. Mach's nur dran. Mach's irgendwo ganz tief unten in den Untergrund. Unten? Der Untergrund? Die macht's mit den Untermenschen. Die Untermenschen. Abniegern? Genau, da mal ein bisschen an Abniegern. Also ich secure jetzt einfach mal echt mit dir in den Raum komplett. Ja, ich bin mein Haul. Wacker raus. Wacker raus. Wacker raus. Wacker raus. Weiß ich nicht, oder du? Na, wieso nicht? Ich hab bloß nachgedacht. Ach so, was zufaltig ist das? Ach so, das ist halt das hier. Ich kann mich einfach mal drücken. Muss mir schon hierher gehen. Miraii! Irgendwo im Gang wäre es wahrscheinlich so. Weißte, Poggeran. Missiert uns die nicht mehr spät. Poggeran, der müsste Poggeran mal da. Der müsste eigentlich dann am Radar sein. Da war eine Granate. Bist du Poggeran? Nee, doch ja. Bist du Poggeran? Nee, ich steck hier. Ich bin Poggeran, hier. Ja, der ist nochmal da. Wie groß denn? Ja, das Mengen holt auch nochmal alles. Kann ich jetzt das Ding eigentlich so legen, dass sie... Nee, ist super. Ich bin aber jetzt explodierender dran. Ja, du bist ja falsch. Dreh dich mal um. Geh dort erst und dann rechts. Maschinen, ja. Ist das wahrgenommen, das ist das. Ist das schon der richtige? Ist das schon der richtige gewesen? Jetzt bist du dabei. Wieso? Weil da ich bin. Ja, aber das ist doch der Maschine, ja. Jetzt ist der... Wird wieder gemacht. Wird wieder gemacht? Ja, aber wir waren. Wie komm ich denn hin? Äh, wo bist jetzt du? Da vorne links. Den hab ich dir gesagt. Jetzt geht es. Ja. Hast du, wo Männer was liegt? Ja. Ich komm ab, ob er war. Kann ich halt dir die Rüstung bringen. Hast du einen Leuchter dabei? Ja. Schau jetzt hinter mir nicht. Der wäre ja raus, oder? War ja schon mal raus. Hauptzahle, ich geh einmal hin. Ja. Schau jetzt hin. So. Wenn ich mich nicht recht hier rin, dann bin ich da nicht mehr hin. Bei mir dürfte es ca. laut gehen. Scheiße. Du musst doch das sehen, dass ich jetzt da in der Anse kommt. Hört die Lampe an. War das Lachs? Ich war am Ende jetzt. Machst du was? Ja, ich hab was aufstehen. Ne, treten wir uns mal. Jetzt mal bist du auch was drüber rausgekommen. Ne, aber ich bräuchte mal wieder ein bisschen die Krücke. Nur mal ein paar scheiß Gläser und kleine. Der hat zwei mal die Linden im Fett, der Wichse. Du mir, ist auch plötzlich. Hast du schon alles? Ja, ich brauche es einmal drücken. Ah, jetzt soll ich auch wieder beim Linden. Ich hab doch gemerkt, dass ich ja schöne Kennenlots hab. Wie schöne Kennenlots? Baggerrahm. Ach, über mir ist einer. Baggerrahm war doch schon. Aber Baggerrahm ist noch was. Wirklich. Was ist das? Wolltest du den Baggerrahm? Ne, das war der nicht toll, sondern das Baggerrahm ist eigentlich toll. Was ist noch, oder? Ja, ich blöde es trotzdem. Das ist gleich mal wieder okay. Da ist das schon. Okay, das machen wir so als Baggerrahm. Ich sehe hier ein Laserbeam. Also ist er... Ne, der wüsste eigentlich unten drin hocken. Da fangst du unten. Da unten. Da fangst du unten rein. Oder auch nicht. Links? Der ist im... Links drin wahrscheinlich. Der wollte dich amgasen. Mit nem... Sticky Kerl. Da fangst du hier. Hahaha! Ist das geil? Der ist ja grad leider hochgekommen, wenn die hier im Sekt gekommen bin. Hast du jetzt recht? Was ist denn hier vor dir? Wer ist denn da irgendwo? Wer ist denn da drin? Wer ist denn da drin oder... Der gab sie schon wieder... im Ost. Ja, da hockt er. Im Hut hockt er drin! Hockt er drin? Ja, ist schön. Ja, ist schön. Ihr sieht man aber, kann man sagen. Was soll man denn? Hahaha! Lass dich sein Lachen verraten. Lass dich sein Lachen verraten. Lass dich sein Lachen sehen. So, schauen wir mal wie die kennen nach. Was bist du? Ne? Wo ist gerade vorher einer? Kann das sein? Du meinst oben? Ne, unten hätt ich doch. Hinten aber was? Da seh ich was. Toll ist das. Bei mir. 2, bei mir. Toll ist bei dir. Lass die Kamera da. Oh, ich wollte mich angasen. Lass sie mich angreifen. Also einer hinter dir. Hinter dir rechts und rechts. Ha, der ist meine gering. Die gedrückte Gasmaske, das ist wahrscheinlich vollgetan. In der rechts. Da? Ja, immer schön den Stick da oben. Wieder hochlaufen. Wo bin ich? Ja, runter kurz. Was? Ja. Pass auf die Fässer, auch nicht draufschießen. Pass mir deine Ganaten ab. Geh die doch mal hier raus. Nicht, dass du uns beide unterstürbst. Ich will mal. Au. Sind beide tot? Was? Na du liebst und ich bin tot. Was? Wann das jetzt? Es hat dich geschlagen und ich bin da angestorben. Cool. Hä? Wie soll das gehen? Ich glaube ich schon gedacht, es hat sich einer an mich angeschlichen. Bist du mein Halt? Ne. Das ist ein Gegner. Ja, wenn ich mein Halt bin dann... Wie kommt du in den Hund rein, der Hund? Ich meine, da ist ja noch ein Geruch. Das hat vielleicht noch gar nicht... Ahahahaha, ein Schuss! Jumpkill. Jumpkill. 80 Sekunden haben sie noch für einen Zweizidig. Heute geht es um dich hin. Ah, da ist ja einer vor mir. So ein dunkler Mann mit Waffe in der Hand. Haut. Ist der einer? Ist doch einer! Ist doch einer! Da stimme ich jetzt mal wieder so hin und nach hinten aus. Weil wir das Maschinengaben haben. Explosierter Raum hinten. Das sollen sie doch nicht noch mal. Weil der Alarm geht länger. Weil ich weiß noch nicht. Tom Turbuk tötet Schiff. Der ist da irgendwann neben mir explodiert. Ich war ja eingewollt. Ich sehe jetzt nicht. Ich bin extra gehüpft und hab geschossen. Aber Schottotzen ist halt nicht so. Irgendwie so knäcke auf Distanz. Auf Diebstanz. Das hört so. Unglaublich toll, wenn du da vor die Flinte lachst. Und du druckst gerade da. One shot. One shot one day. So und jetzt noch mal Clubhouse und die Trains. Nein, jetzt noch mal China House. Clubhouse! Clubhouse! Oh, fang. Das ist mein. Mach der jetzt Dank. Ist das bei Indikobitus? Nein. Weil in den Werb sind nicht so farber. Da kann sich mit ja keiner ahnen. Macht sich mit ja keiner. Ich glaub mir, dass es gerade fallen. Durch 18cm dicken massiven Wagonstahl durchschossen. Ich bin extra gehüpft. Huah! Pssch! 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 Der war auf der der Busse. Na ja, was wäre das denn, wenn ich das ordentlich eingestanden ist von der Busse? Von der... Schottotzen. Na, nochmal Clubhouse. Das wollen wir mit Deimer. Neee. Da gibt's wieder kein Schwein aus. Ja, dann müssen wir, müssen wir, äh, 800 Runden machen, bis wir mal eine neue, äh... Ja, fix. Dann müssen wir auch schon aufmachen. Nee, müssen wir halt... Auf einmal machen, weil bis es... Zum nächsten macht es sich wieder vergessen. Wir können ja auch Trends machen, nochmal. Ja. Ey, Clubhouse. Einmal die Trends machen. Einmal die Trends machen. Einmal die Trends machen. Den Namen hat's ja von dir. Warum? Weil du halt mal Trends gesagt hast. Wo es ja Trendstation heißt. Du hast dir da drüben Namen hin, oder? Jetzt muss ich mal an Dinge erinnern. Was ist das Haus? Was? Das? Das ist auch vernetzt. Das haben wir ja das letzte Mal. Das war das komische Haus, oder? Ja. Das ist okay. Ja, dann machen wir die dann. Weil die... Weil die... Wir wollen jetzt einen ganz neuen Anfang machen. Wir haben erstmal die... äh, ja, jetzt. Das ist die Ausrüstung sowieso egal. Ja, weil sich keiner auskennt. Besten Minen. Ja, das ist halt wie... Wir als Spione, ich Minen. Sind wir Spione? Echt? Cool.